Ich bin der Nick. Alex. Ich bin der Tom. Und wir sind Panmissaden. Und wir kommen aus München und aus Augsburg und wir machen so Indie-Brit-Rock-Schramm im Muckel. Und wir kommen aus München. Bei uns ist einfach München die südlichste Stadt Englands. Also vom Musikalischen her. Sag mal, die beste Musik dieser Art kommt ja nun mal aus England und bei unserem Fall kommt sie dann nun mal aus München. Richtig. Die beste Musik kommt aus England außer uns. Das muss man jetzt auch näher definieren. Naja, die besten Musik, die besten Bands in unserem musikalischen Bereich kommen aus England. Da wir leider nicht aus England sind, kommen wir aus München und machen dann einfach München zu einer englischen Stadt. Genau. Einfacher als England zu einer bayerischen Provinz zu machen. Ich glaube, die Quintessenz des Ganzen ist, dass wir uns einfach mit englischer Musik sehr gut identifizieren und uns davon auch beeinflussen lassen bzw. inspirieren. Ja. Guter Mann. Gut gemacht. Genau. Ja. 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 Ja.